Feldfrüchte Sinnend geh ich durch den Garten, still gedeiht er hinterm Haus. Suppenkräuter, hundert Arten, Bauernblumen, bunter Strauß. Petersilie und Tomaten, eine Bohnengalerie. Ganz besonders ist geraten der beliebte Sellerie. Ja, und hier ein kleines Mieschen, da wächst in der Erde leis. Das bescheidene Radieschen, außenrot und innenweiß. Sinnend geh ich durch den Garten unserer deutschen Politik. Suppenkohl in allen Arten im Kompost der Republik. Bonsenbrillen gebe rockte, Parlamentsroutinen drehe. Ja, und hier die ganz verbockte, liebe, gute SPD. Hermann Müller, Hilferlieschen, blüht so harmlos, doof und leis. Wie bescheidele Radieschen, außenrot und innenweiß. Kinder, erinnert ihr euch noch an die Reichstagswahl 1928? Die Künstler war. Ja, die Künstlerseife. Da hat die SPD als Wahlpropaganda Seife verteilen lassen. Da stand drauf, wählt SPD. Kennt ihr das? Die Jüngeren wissen bestimmt nicht. Na ja, mit Seife kann man wunderschöne Sachen machen, nicht? Da hatten wir einen Grupp, na ja, den erzähle ich dann. Ich muss nachher erzählen, auch wenn ich da drastisch. Ich muss nachher die Künstler hinbekommen. Ich bin da drastisch. Gästeer ist gut.